Wir hatten uns ja mal telefonisch darüber unterhalten, dass Sie Hausverbot bekommen hatten. Bei einem Oberlandesgericht war das? Ja, das ist zutreffend. Und zwar hat man lange verschwiegen, warum eigentlich das Hausverbot erteilt wurde. Ich erhielt auch keine Anhörung dazu. Jetzt erstmalig letzten Montag konnte ich einen teilweisen Überblick mir verschaffen und erhielt einen unvollständigen Aktenauszug vorgelegt, in dem ich sehen konnte, weshalb es tatsächlich durchgesetzt worden ist, ohne die konkrete Begründung abzugeben. Und zwar gab es in einem Zivilrechtsverfahren kritische Auseinandersetzungen. Dazu hatte ich als Beistand meiner Ehefrau Kritik geübt, in zahlreichen Seiten konkret. Gegen wen? Gegenüber einem Vorsitzendenrichter, der das rechtliche Gehör verweigerte und nichts konkret erfassen wollte, auch nicht aus einem parallelen Beweissicherungsverfahren. Dazu hatte ich ihn kritisiert und hatte die Schriftsätze persönlich der Geschäftsstelle übergeben. Mit den Worten, kennen Sie Ihren Diensteid? Als daraufhin ein Schweigen war, sagte ich wahrscheinlich nicht. Und Monate später wurde dieser Vermerk an den Präsidenten als Hausrechtsinhaber gesandt, mit der Aufforderung, mir deshalb ein Hausverbot zu erteilen. Wegen dieser geringen Wortwahl? Ja. Wegen der Frage, kennen Sie Ihren Dienstbehalt? Ja. Das ist der Kern. Dann wurden noch Unterlagen nachgeschoben. Ich hatte einen weiteren Vorsitzendenrichter, den ich aus der Vergangenheit wegen Nichtraucherdifferenzen kritisiert, dass er sich nicht an Recht orientiert, sondern das Recht beugt. Er war damals gewalttätig geworden, hat mich des Zimmers verwiesen und hat sich anschließend eingeschlossen mit den Worten, ich sehe Sie hier nie wieder.